... ... ... ... ... ... Hallo, Angela! Geht's Ihnen gut? Ja! So, dann dürft ihr schon den Platz nehmen. Ich nehme Ihnen voll die Jacke an und auch. Was machen wir denn heute Schönes? Erstmal waschen. Gut, dann wollen wir ja den Beginn. Haben Sie dann irgendwie eine konkrete Vorstellung schon, was heute mit Ihnen haben? Und wie war das Wochenende dazu? Auch nicht so gut. Ich bin nicht in der Kälte. Ich halte heute noch an der Stimme. Oh, ich war. Ich war ja hell und wenig. Zu viel gefeiert hier. In der Karte, ja. So, ich hoffe, es wird nicht gleich zu heiß. Mhm. Genau. Ist die Temperatur angenehm? Ja. Einmal rein. Wirklich alles. Wirklich alles. Wirklich alles. Untertitelung. BR 2018 Ansonsten kommst du auch gut zurecht damit. Sehr schön. Vom Schnitt her hat auch alles gut geklappt. Es gibt ja nichts Schöneres, wie eine Komplizierung. Ja. Kann schon wunderbar wirken. Und heute hast du frei? Frei habe ich frei. Ah, es sind keine Ferien mehr, oder? Ja. Oh, wie schön. Ah, bei uns in Frankfurt. Ich bin wieder schwierig. Ich bin wieder frei. Oh, wie schön. Hier in der Stadt? Ja. Lecker. Oh, schön. Hast du eigentlich einen Freund? Nein. Ja. Ja. Mal schauen, ob wir da spülungstechnisch was da haben. Ja. Was? Und mit dem so? Ja. Wollen wir das schon hinzulassen? Mhm. Wollen wir das schon hinzulassen? Ja. Ich bin der Hüte. Vielen Dank. So, dann schau ich gerade noch. So, dann schau ich gerade mal nach dem nächsten Minus. Und jetzt noch mal waschen, bitte. Beziehungsweise waschen wir die Haare noch einmal, weil es so schön war noch einmal. So, dann schau ich gerade mal. Jetzt gehts es. Vielen Dank.